Ich will aber auch deutlich machen, dass aus dieser sozialen Spaltung des Landes eine politische Zerrissenheit resultiert, die sich zum Beispiel darin ausdrückt, dass die sozial Abgehängten, dass die Finanzschwachen, dass diejenigen, die Hartz IV beziehen, immer weniger sich an Wahlen beteiligen, dass auf der anderen Seite aber diejenigen, die wohlhabend und reich sind, sehr wohl an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen teilnehmen. Daraus resultiert eine politische Repräsentationskrise, weil eben die Demokratie davon lebt, dass alle Bevölkerungsschichten sich beteiligen und in politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse eingebunden sind. Davon profitieren, dass das nicht der Fall ist, profitieren rechtspopulistische Demagogen und auch das ist, denke ich, eine Folge der sozialen Spaltung unseres Landes.